Okay, ich hoffe mal, ich find hier Kühe, alter, ne? Sonst, äh, wäre das schlecht. Hatte ich nicht da hinten noch Kühe? Ja, nachts hier rumzulaufen, ist natürlich auch nicht so schön. Ja, ich will eigentlich hier nicht mich mit Mobs rumschlagen. Äh, Pferde hatte ich ja mal gesehen, ne? Aber Kühe, glaube ich, auch noch. Ach, ich glaub, die hab ich schon geerntet, weil ich die ja nicht einfach hier zurücklasse, ne? Obwohl es kann auch sein, dass ich keinen Platz mehr hatte und gesagt hab, naja, hol ich's halt später. Aber, ja, ich glaub's nicht. So, zumindest seh ich ja auch keine, also ich denke mal, ich hab die schon mitgenommen. Na dann, ne? Würde ich sagen, geht's mal hier hoch. Ja, aber hier ist viel Steppe so, oder viel Wiese, ne? Hier doch wirklich kaum Tiere allgemein. Ein paar Schafe mal, ein paar Pferde. Na, die Pferde könnte ich gebrauchen, eventuell. Ne? Ey. So. Oh, lol. Da tötet der Creeper gleich beide Pferde. So. Erstmal die ganzen Pferde schlagen. Naja, ich brauch halt das Leder. Und deswegen, ne? Muss ich es tun. So. Okay, zwei Leder. Haben wir da nochmal. Das heißt, ja, 19, na toll. Ist jetzt auch nicht die Welt. So. Oh, nee. Mann, ey, ich will grad den Enderman töten. Dann kommst du mir wieder dazwischen. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Jetzt wird der Enderman sich noch killen lässt, ja. Nachts über geht, ne, tagsüber geht dann wieder gar nix. Oh, shit. Muss erstmal weg vom Creeper. Würde ich sagen. Alter, ne? In Minecraft Retro geht das so schnell immer. Die zu töten. Oh, ey. Das gibt's doch nicht. Game Rule, do Daylight Cycle, false. Done. Game Mode, creative. Done. Äh. Time. Äh. Query, 1000. Ne, wie geht das? Äh. Time at minus 1000. Äh. Was ist das denn? S. Ne, Tix. Nur. Anzahl der Tix darf nicht negativ sein. Oh, ey. Ja, toll. So. Da gehen wir mal dahin, wo ich gestorben bin. Also ich hoffe, ich find das. Hier ist ein Enderman. Den kill ich jetzt. Ja. Natürlich mit dem Dia-Schwert. Ob das der ist? Könnte sein, ne? Hallo, jetzt bleib doch mal stehen, Alter. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Vor allem wie sie sich immer so ewig weit weg teleportieren. Ja, aber die Enderpeile hab ich mir jetzt irgendwie verdient, find ich. Ja. Das Schwert tue ich natürlich gleich wieder weg. Äh. Wo sind meine Sachen? Ich warte jetzt nicht so weit weg. Und jetzt find ich am Ende irgendwie meine Sachen wieder von damals, ne? Als ich hier mal gestorben bin und die Sachen dann verschollen waren. Das wär's. Ah, hier ist das Zeug. Okay. Na dann. Game Mode. Äh. Survival. Toll. Ich hatte gerade 37 Level. Ey, das kotzt mich schon wieder an. So. Jetzt hab ich wieder gar nix, ja? Ja, genau. Für den Levelverlust hab ich mir eigentlich noch ein paar Enderperlen verdient oder so. Ne? Naja, ich hab eben mir jetzt gedacht, okay, ich mach mal den Daylight Cycle aus. Ne? Weil, ja, dann kann man noch so ein bisschen hier die Dämmerung genießen. Oh, leih. Jetzt kommt genau in dem Moment Musik. So. Ist ein bisschen wie in Real Life gerade draußen. Wissen, dass es auch so nebelig oder so trüb und dunkel. Ja. Passiert halt. Hatte ich letzte Woche auch schon, aber ist schon irgendwie ungewöhnlich, finde ich. Ja, sonst ist es eigentlich immer relativ hell und jetzt auf einmal so dunkel. Und da denkst du dann halt auch, woran hat es hier lehchen? Ne? Naja. So. Ja, was soll ich ansprechen? Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich die Folge nenne. Vielleicht fällt mir noch was ein, ne? So. Jedenfalls, da gibt's kaum Kühl. In der Region. Ich mein, ich hätte es noch weiter weggehen können, aber, ja. Will ich jetzt auch nicht. Äh. Äh. Jetzt kann ich eh nicht mehr verzaubern, weil ich kaum noch Level hab. Also ja. Ich glaub, ich muss das lassen. Ne. Geht nicht anders. Aber Bücher hab ich auch nicht. Äh. Also es werden mir da einige Steine in den Weg gelegt. Gewissermaßen. Und ja. Die kann ich nicht so schnell wieder beiseite räumen. So. Äh. Wo ist denn das hier? Genau. Tja. Ach ja. Hier hab ich noch Eisen. Tue erst mal hier rein. Ähm. Ja. Ungefähr so. Dann sortier ich mal mein Inventar. Ah ja, die Enderperle kann auch noch zum Mob Drops. Zu denen. Ja. Und sonst. Ey, wirklich, ich hab keine Idee, ne? So. Wow. Ich mein, ich könnte hier einen Grasblock platzieren. Warum nicht? Pff. Hm. Soll ich vielleicht? Warum mach ich überhaupt hier so ein Ding? Wieso mach ich eigentlich nicht da einfach eine Leiter? Hä? Das wär doch eigentlich viel einfacher, oder? Einfach hier. Eine Leiter. So. Gab's dafür irgendeinen Grund? Ah, ich glaub dieses Teil hier. Ne? Stimmt. Aber vielleicht kann man das auch so machen. Oder man lässt es einfach weg. Oder... Man baut halt einfach so, wie es gewollt ist, ne? Obwohl das jetzt auch nicht mehr so, wie gewollt aussieht. Ähm. Hä? Was ist denn jetzt los? Warum hat sich das Ding geschlossen? Hä? Was war das denn? Vor allem ist nicht mehr das Inventar hier in die Mitte gegangen. Also. Hä? Ja, ich wollte hier noch was machen und dann hier hoch. Na ja, ich hätte ja hier noch einen Leiter gehabt, na toll. Muss man natürlich dann immer vergessen. So. Ja, und dann weiß ich jetzt auch nicht, ne? Wie es weiter geht. Äh. Tja, soll ich da oben noch mit Schwarz-Eichenholz weiterbauen? Vielleicht hier so. In der Ecke. Ne? Ja, ich glaube, ich habe da ein paar Ideen. Lasst mich das mal machen. Ich gehe mal auf Treppe. Dann müssen wir wieder warten, bis die Dings kommt. Jetzt. Alter, muss sie übel reagieren. Jedes Mal. Ähm. Ja, und ein paar Slaps, oder? Die könnten wir auch noch gebrauchen. Ja, erstmal testweise, würde ich sagen. So. Ja, mal sehen, wie weit ich noch komme hier mit dem Haus, ne? Wahrscheinlich werde ich es nicht mal fertigstellen können. Weil das eben ein bisschen viel ist, so. Ach ja, stört mich dann auch nicht. Ich meine, ich habe es versucht nochmal, ne? Ich habe dem Projekt nochmal eine Chance gegeben. Aber wenn ich es dann halt immer noch nicht schaffe, dann ist es halt so. Ne? Und ja. Aber vielleicht kriege ich es ja auch noch hin. Also. Einfach mal abwarten, würde ich sagen. Und ich glaube, das hier. Das mache ich dann aus Eichenholz, ne? Das heißt, ich gehe mal hier auf Treppe. Ah, perfekt. Oh nein, nicht perfekt, Alter. Überhaupt nicht. Ach, komm, jetzt wechsel doch mal. Ich weiß nicht, was das immer soll. Oh, ey, das ist schlimm. Äh. Ne? So. Ja, ich vergesse immer irgendwie Schiff zu drücken. Aber eigentlich mache ich es nur, der reagiert nicht. Naja. Ich würde auch sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ne? Das wäre es schon gewesen. An der Stelle. Und ja, mal sehen, was wir dann so schaffen. Demnächst, ne? Bin gespannt. Jedenfalls hier geht die Post ab. Und ja. Oh Mann. So. Oh, ey. Was ist das? So, ey. Show. Tschüss.